Willkommen auf der CeBIT 2013. Wir sind hier Tag 0 bei Steelseries. Das ist nicht auf der Messe direkt, sondern auf einer Abendveranstaltung, wie ihr gleich sehen werdet. Und wir sind hier Pressemitglieder, wo wir einfach hier zocken werden für ein paar Gadgets, die wir natürlich am Ende an euch verlosen werden, falls wir auch was gewinnen. Wir spielen unter anderem zum Beispiel Call of Duty und der Julian und ich, der Julian ist übrigens hinter der Kamera, werden dann ein bisschen Trackmania spielen und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen hier um, was MSC hier aufgebaut hat, zusammen mit Steelseries. Wir haben natürlich hier wie immer die schönen beleuchteten Tastaturen, ein paar Ladies natürlich, hier ist gleich Johannes von New Gadgets und unser PC-Welt-Team, die hier probieren alles umzunähten, was sich bewegt. Und ja, natürlich ist viel Action am Laufen, natürlich haben wir noch ein bisschen Bier und Cocktails und wie gesagt, gleich kommen auch noch ein bisschen mehr Mädels, die Showbabes von der Messe wollen uns auch noch besuchen. Und ihr seht, wir haben hier wirklich hammergeile Gamer-PCs aufgebaut. Natürlich mit MSC-Grafikkarte drin, schönen Steelseries-Zubehör wie Maus, Mauspad und natürlich Tastatur. Also Bildschirme, was Besseres geht gar nicht. Und vor allem diese Headsets sind einfach wirklich sehr schick, wenn ihr euch das hier anschaut, im Dunkeln die Leuchten auch so schön blau, haben wirklich eine sehr gute Atmosphäre, schon sehr schick raus, vor allem auch angezogen und sind auch vor allem bequem. Wir haben sie auch schon ein bisschen getestet und wir mögen sie ganz stark. Und wir haben oben noch einen speziellen Rechner, wo ihr komplett alles durchsichtig habt. Kommt mal hier hinter zum DJ und zur Chill-Lounge, wo wir hier anschauen können. Wir haben hier einen wirklich sehr schicken MSC-Rechner, wo eine GeForce GTX Titan das Neueste vom Neuesten hier seht. Und oben sind noch ein bisschen technischen Daten drauf, mit Core-SSD und allem drum und dran, was man braucht. Und natürlich am besten zum Spielen Steelseries immer noch. Hat Style, ist hochwertig und schaut auch gut aus. Wir sind hier auf der CB 2013 am ersten Abend, Tag 0. Morgen geht sie los. Wir werden euch auf der Messe willkommen, heißt wir haben schon ein bisschen geblockt. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Palasz Gral. Schaut auf jeden Fall rein und abonniert uns.